Herzlich Willkommen zu einer neuen Schach 960 Partie. Diesmal mit Schwarz. So, okay, er spielt jetzt hier E4. Ich denke, das werde ich ihm nicht nachmachen. Ich spiele nur E6, damit meine Dame hier weiterhin freie Bahn hat. Diesen Springer werde ich mal nach C6 stellen. Mal gucken. Ich spiele C3. Ich möchte hier natürlich sofort im Zentrum agieren. Ich glaube, ich spiele mal F5. Ich greife den Bahnhof E4 an. Den werde ich jetzt auch einfach mal rausnehmen. Und danach Läufer H6 spielen. Aktiviert den Läufer hier auf diese Diagonale. Ich kann immer Sprenger D6 mit Tempo spielen. Ich denke, ich werde auch gleich Sprenger D6 spielen. So, Sprenger D6. Tempo gewinnen, weil die Dame jetzt ziehen muss. Die Dame geht zurück nach G2. Ich spiele mal Turm F8. Turm auf die halb offene Linie. Kommt E4. Mache ich G5 gegen. Meinen Läufer möchte ich vielleicht mal nach G6 stellen. Und ich kann ja Doh hier natürlich rausnehmen. Deshalb nimmt er wieder. Und jetzt ist mein Läufer wieder aktiviert. Und jetzt gebe ich erstmal einen Schach mit Läufer G6. Jetzt spielt auch mein zweiter Läufer. So, und jetzt ist die Frage, was nun? Ich denke, Springer E4 sieht gut aus, um diesen Läufer da abzutauschen. Und ich muss irgendwann diesen Springer umgruppieren, weil der spielt nicht mit. Lange Rochade wäre auch eine Option. Ich glaube, ich mache Lange Rochade. Ich möchte alle meine Figuren ins Spiel bringen. Und bei ihm wird es halt ein bisschen schwerer, den Turm auf A1 ins Spiel zu bringen. Ich denke, er würde es irgendwie mit A4 machen oder so. Aber er spielt jetzt erstmal Springer C5. Und den vertreibe ich wieder, weil ich das Feld E4. für mich beanspruchen möchte. Deshalb spiele ich B6. Okay, jetzt gibt er einen Schach. Kann er machen. Gehe ich nach B8. Und jetzt hat er einen kleinen taktischen Trick gefunden. Springer schlägt E6. Aber die Frage ist, funktioniert der? Denn ich könnte jetzt Läufer E4 spielen. Und das werde ich auch einfach machen. Jetzt hat er eine Dame angegriffen. Okay, und er nimmt auf F8 raus. Na gut, dann nehme ich jetzt seine Dame mit. Und ich denke, weil er sich so schlecht entwickeln kann, er nimmt hier noch einen Bauern mit. Also der Turm kommt einfach nicht raus. Dann stehe ich hier besser. So, den Turm aktiviere ich erstmal. Wenn der Springer jetzt zieht, gewinne ich den Turm auf A1, weil ich hier einen Schach geben kann. Jetzt könnte ich überlegen, sogar vorher nochmal auf D2 zu nehmen. Das wäre dann... Ah, nee, ich nehme einfach auf A1. Das ist eine Qualität. Gut, und er hat aufgegeben. Ja, er wollte hier mich austricksen mit Springer schlägt E6. Er hat aber Läufer E4 übersehen. Und dann natürlich lädt ihr den nächsten Trick mit Tomi Antja. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.